So, Betty, also wo sind wir? Hier entsteht etwas großartiges Neues, oder? Ja, herzlich willkommen, Kaiserstraße 67, der neue Fanshop vom Bahnhofsviertel. Ich freue mich sehr, bald öffnen hier die Türen und dann gibt es geile Produkte aus dem Bahnhofsviertel für das Bahnhofsviertel und es wird ein cooler neuer Pop-up-Store. Also hier kann man auch die Punkte direkt einlösen, hier kann man Produkte kaufen, die man aber nur offline auch kaufen kann, zum Großteil wahrscheinlich. Genau, richtig. Und es wird Special Events in Zukunft hier geben, Podcasts, Streaming mit Leuten aus dem Viertel, die wir einladen, aber auch so Konzerte, richtig cool. Kommt rein. Ja, bitte. Und weißt du schon, wie es aussehen wird? Da hast du eine kleine Kasse und dann hier hängen die Klamotten aus dem Viertel. Genau. Da hinten gibt es die Weinecke. Richtig. Oder hast du schon Plan? Ja, es gibt eine Espresso-Bar hoffentlich, die wir noch hinbrezeln. Genau, dann gibt es ein paar Beverage, ein paar Limos. Wir werden Kleider-Stores haben, es wird vielleicht Blumen geben, weil es gibt ja leider keinen Blumenladen im Bahnhofsviertel. Und ja, einfach Produkte, die wir hier von den Künstlern oder auch Anrainern sozusagen mit vertreiben wollen. Und genau. Super. Und am 20.10. ist hier quasi offizielle Eröffnung. Genau. Offizielle Eröffnung ist am 20.10. und dann geben wir alle Infos raus und heißen hier alle herzlich willkommen. Top. Betti, mega cool. Auf ins Viertel. Auf ins Viertel. Auf ins Viertel. Fertig, los.